Erst 16 aber schon so wichtig, dass sich Teenie-Star Lafay am Nachmittag beim Bürgermeister ins Goldene Buch ihrer Heimatstadt Stolberg eintragen durfte. Also um ganz ehrlich zu sein, das ist schon eine Ehre für mich, aber ich bin mir noch nicht der Bedeutung, sage ich jetzt mal, in dem Sinne bewusst, weil ich bin ja noch sehr jung. Bewusst ist sie sich dafür inzwischen umso mehr, wie wichtig Schule trotz Gesangskarriere ist. Ich habe jetzt mein Zeugnis gekriegt für das halbe Jahr und ist auch sehr okay, sage ich jetzt mal, ausgefallen. Lafay freut sich übers Zeugnis und der Stolberg-Bürgermeister wohl übers erste Bussi in seinem goldenen Buch.